ja hallo guten abend wir sind heute abend in der theater in ramsburg die stimmung ist wieder wunderbar mit viel kaliente und alle leute die im salsa rang und abend haben sind heute abend näher in ramsburg wir sind aus lindau schön dass du bei mir heute bist wir kommen ja von der schweiz von österreich von bayern von württemberg überall treffen wir uns hier uns in der szene vor allem bin ich zu dem salsa gekommen durch eine reise nach kuba mit meiner frau wir haben uns gedacht was wir zusammen machen können dann haben wir eine sportart gewählt wo es nur gewinner gibt es gibt keine verlierer beim tanzen wir sind glücklich wir sind froh und wir gewinnen jeden abend wenn wir zum tanzen gehen besonders schön also man muss wirklich sagen hier ist es total klasse macht total spaß super stimmung total viel spaß tolle leute gefällt uns super hier das theatercafé ravensburg nur spitze wir freuen uns wenn alle vier wochen hier ein festival stattfindet und wir uns im dreiländereck alle zusammen wieder treffen die stimmung ist sehr gut aber es ist wahnsinnig voll wahnsinnig voll und heiß salsa tanzen freude zukunft weiter salsa tanzen tanzen die stimmung ist super finde toll ich bin also sehr glücklich dass so viele leute gekommen sind und ja dass sie so gerne tanzen die tanzfläche ist die ganze zeit voll das freut mich gute stimmung nette leute guter tanzboden nette veranstalterin ja besser kann es nicht sein hervorragend auch der disjockey macht gute musik ja es ist perfekt wie geht es bei ihnen weitergehen bei mir ja ich tanze halt bis ich umfalle super zu sehen auf ja Untertitelung. BR 2018